Ich bin jetzt ein Leben zu lassen und dann mache ich erstmal ein bisschen Kage. Also Kage im positiven Sinne von wegen Gleiter aktivieren und ähm... Soll ich jetzt eine Macht vor? So eine vollautomatische? Oder ich spare jetzt nur das Geld und packe Punch in meine Waygun. Ich hab doch gesagt, nicht anfassen! Na komm. Na komm! Was los wie viel Nachricht ich jetzt kriegen werde, ob wir irgendwo mal Zombie spielen können. Nach diesem Video. Oh Gott! Na, ich glaub auch. Ja genau, ich spiele nur mit... Neele LP, der so viele LP auf dem Channel hat. Ja genau, mach mal noch ein Channel, nenne ich lieber Zen. Zen-Zen klingt irgendwie epischer als Nele LP. Nol-... Nol-e the N-Wort. Meinst du, die ganzen Leute, mit denen du spielst, glauben, du bist schwarz, nur weil du Nol-e'sem n***a heißt? Cool. Meinst du, meine Abonnenten halt nicht jetzt für ein Rassist, weil du Nol-e'sem n***a heißt? Ja. Ich hab schon wieder kein Leben lassen. Fuck. Die Death Machine ist einfach viel zu verführend. Ich hatte ja schon dreimal diese scheiß Death Machine. Na eben. Bei uns gibt es die fast gar nicht. Ich muss sagen, ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob diese eine Perk, der zum Exzudieren bringt, dieses... Das, das. Ob das jetzt noch ein One-Hit ist. Ich glaube, wenn ich von da oben runterspringe, ist es glaube ich noch ein One-Hit. Oh oh. Spring. Ja, ich dachte, die... ich dachte, die sterben jetzt. Ah. So. Oh Gott. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh fuck, ich wollte eigentlich einen Welt-Fan andersrum machen, weil ich irgendwie die Richtung schöner finde. Im Ernst, ich kann gegen den O-Serien ein besseres O-Serien sein. Was war das? Irgendwie, ich glaube, irgendwas ist oben nicht gefallen. Molli ist explodiert. So, dreimal Hund. So. Und. Ist das der letzte? Nein. Oder? Wie, jetzt habe ich einen Rennen erwischt, Mann. Ist ja scheiße. Den Rennen oder den Rennen? Ja, geil. Ich habe den hinteren... Wie habe ich den hinteren? Okay, egal. Ähm. Ich habe ziemlich viel Geld. Ich habe Angst, gerade den Gleiter zu benutzen, weil sonst der Typ da abkrackt. Abkrackt. Ja, okay. Das war das. Du, 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 du. Noch, 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 noch. Was hole ich mir eigentlich nicht für den Körper noch? Ich kann ja nur noch einholen. Über Speed vor, oder ne? Scheiße, das schnelle Rennen. Oh fuck, er rennt. Da, hin. Stell dir vor, steht er direkt vor mir. Das ist ja mega geil, Mann. Hallo. Hallo, du. Hallo, du. Hallo, du. Hallo, du. So, ähm, ja. Wir müssen mit allen dreien Gleitern einmal geflogen sein. Ich wette, der kommt mir jetzt mega mich entgegen. Oh, wo ist er? Egal. Wir müssen mit allen drei Gleitern einmal geflogen sein. Dann können wir die... Weißt du? Oh, das kann sein. Das wäre geil, wenn der Zombie jetzt an diesem komischen Kreisel am Anfang sterben würde. Wo war ich jetzt? Genau, wir müssen mit allen drei Dingern einmal fliegen. Dann können wir die, äh, Dinger-Pecke punchen. Ey, der sagt, ich kann mal, wie man hier dann dran steht. Wüsste ich gar nicht. Okay, ist auch ein Fernseher. Besser. Nein, noch kann ich nicht. Okay. Also lenken wir noch einmal hier her. Wo liegt ein Gleiter? Stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Stimmt, blick, blick. Stürf nicht, stürf nicht. Stürf nicht. Komm nicht zu nah ran. Gut. Alles klar. Ich weiß nicht, ob die, wofür diese Schilder gut sind. Ob die, wofür die, wofür diese Schilder gut sind. Ob die, wofür die, wofür so da sind. Ob die, wofür merkt, dass ich ihm, dass ich die, dass ich die Xbox Live Party nicht betrete? Ich glaube nicht. Oh, das wird ein One-N-Gag. Ne, hallo da. Hallo, du da. Okay, ähm. Soll ich dann gleich Speedcaller kaufen, wenn ich gleich dran vorbeikomme, oder? Das geht runter wie ein Eimer vollschleiben. Ne, das sagt aber nichts, welches Gesprächengeschmack er hat. Schleim. Schleimiger Geschmack. Oh, ne, ne. Ich habe keinen Bock, dass da drauf geht, man. Da muss man eigentlich... Ne, kann mir nicht egal sein, eben nicht. Und ich will nicht sterben durch das Ding. Naja, ich bin einmal, glaube ich, auf 112 oder so bin ich durch so einen Gleiter gestorben. Okay, warte. Oh, jetzt. REN! Flieg! Ich oder er? Okay, letztendlich. Ich schreibe Geisteskrank, nicht ich. Ich muss das sagen, sonst wissen wir nicht, worum es geht. Ja, weil... Weiß ich nicht, ob es dann hilft, ob wir das dann hören. Also Lars haben wir jetzt mal gehört. Dann schreie ich. Ich schmuck mal, weil ich voll gefickt bin, wenn jetzt gleich die Affen kommen. Wenn die Affen kommen, bin ich tot. So. Die Map geht an, ich finde, mein Lieblings-Vominer eigentlich. Bitte keine Affen, bitte keine Affen, bitte keine Affen, bitte keine Affen, bitte keine Affen. Ahh! Affen! Äh... um etwa nicht wie mein Glück wie war es nicht verlieren das muss ich ganz ehrlich sagen Glück wie weit ist hier mega wichtig ich glaube erst mal hier weil dann kann ich was kenne ich auch von ihr ich habe getroffen da kann er sein ich will nur kurz vergehen das ist überflüssig dieses rad dieses juggernaut ja das heißt hier jugger noch aber ich muss bei juggernaut weil juggernaut so hieß ein paar zwei co d4 doch das ging schnell so jetzt muss ich eigentlich nur noch geld kriegen und dann packen ich gehe drauf so das landefahrzeug rufen nicht sterben ab ab auch gott auch gefütet hat mich mehr schreck er hat die folge mit 20 oder so wandel die extrem stark das ding Dampfkamone, hörrufe! Wavetrain, wavetrain! Was ich an einer Wagon doof finde, ist die Zitatzieht ein bisschen. Was heißt verziehen? Es braucht eine Weile bis der Schuss ankommt, oder? Oh nein! Nimm dich! ja das war jetzt doch ein bisschen knapper du ich hätte eine atombombe warum geht er nicht drauf jetzt geht er drauf ist doch vielleicht hätte ich vorher 5000 kriegen sollen und dann erst atombomben mir egal zu spät ich bin zu spät jetzt er wollte nur weil ich nicht nur mal hatte weil ich nicht nur weil ich nicht nur mordet ich weiß nicht nur ein der noch mal nicht und da kann man nicht mehr und sicher ein dem bei ich kann ja keine kohler machen also Leute, also, komm mit so ne Beine, darf ich schon mal sehen, Mann. Schade. So. Hab ich nicht hier eben nachgelernt? So. Das ist jetzt immer ein bisschen unspektakulär. Das wird eher spektakulärer, weil ich irgendwie in einer Notsituation bin. Wow, wow, wow. Notsituation, Notsituation. Halt her. Bleib. Atombombe, Double Point in der Reihenfolge. Ne, andersrum, andere Reihenfolge. Ah, ich wollte ein Leben, egal. Klar, schau ich das. Na klar. So, nur, da hab ich Küken, wie war. Verleg' halt alle meine Perks. Schade. Ich glaube, es war schlau, wie wenn ich die Tür hinten einfach aufgebaut hätte. Hab ich noch nicht gemacht? Schau ich nicht. Aber das Tickerpunchen dauert gar nicht so lange. Ich glaube, die Rakete dauert ein bisschen länger, bis sie hoch geht. Mach an! Danke. Cool. Was für ein Profilstatus. Ja, ich glaube auch. Facebook. Jetzt schießen wir roten Laser. Gute Frage. Oh, grüner Schleim. Ich weiß, ob ihr jetzt grüner Laser oder roter Laser oder so'n Scheiß. Soll ich hier aufbauen? Kann ich überhaupt aufbauen? Ich hab genau richtig Geld. Ich hab fünf Geld. Hö, hö. Was haben die eigentlich für eine Währung? Sind das Euros? Oder sind das Punktos? Oder sind das Codpoints? Sloppy. Hat irgendwas runtergefallen? One-Hit! Yay! Don't do this! No! Oh. Nein! Oh fuck. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich kann sterben mit One-Hit. Glaub mir. Wo geht's mit der Karte? Okay, da geht's mit der Karte. Gut. Das Rund geht zurück. Das ist eigentlich auch ein geiler Satz. Gut. Ey, die Runde läuft gut eigentlich. Ich komm wieder weiter als wir alleine als wir zusammen. Ah! Scheiß ver... Fammelte Affen, Mann! Ja, wir dürfen... Wenn wir bald zusammen den Wave-Train machen, dürfen wir nicht in zwei verschiedene Richtungen laufen, Mann. Ich hab unten immer noch nicht aufgemacht. Das find ich ziemlich gut. Ich bin so schlau. Das außerdem. So. Okay, wo sind sie? Das war mal so. Scheiße auf den Sprung, Saff, Mann. Jagger-Nord ist mir hingegen wichtig. Ich glaub, der ist eh gleich weg. Fekt. Diese fälzigen Wieser-Klau, meine Tempo-Cola! Was? Was kaufen? Was kaufen sie? Tempo-Cola? Die Tempo-Cola war wohl nochmal oben, ne? Ich hab' sie alle in die Hölle geschickt! Na komm schon. Was? Das ist der nicht Spaß! Diese fälzigen Wieser-Klauen, meine Tempo-Cola! Alter! So ein Teleporter-Affe, Alter! Diese untoten Affen klauen mein Juggernaut! Was glauben sie? Äh, Juggernaut war... Genau. Ne, ne, ne. Scheiß auf Schockgum. Oh, oh. Oh, oh. Nein! Ja.